Ich gehe früh ins Bett, weil ich müde bin. Ich bin müde, deshalb gehe ich früh ins Bett. Was siehst du? Ich sehe, dass dunkle Wolken am Himmel sind. Wann kaufst du ein? Ich kaufe ein, wenn ich Zeit habe. Ich bleibe zu Hause, weil es stark regnet. Es regnet stark, deshalb bleibe ich zu Hause. Warum lebst du in Deutschland? Ich lebe in Deutschland, weil ich hier geboren bin. Wann studierst du? Ich studiere, wenn ich mein Abitur habe. Ich esse einen Apfel, weil ich Hunger habe. Ich habe Hunger, deshalb esse ich einen Apfel. Ich habe Hunger, deshalb esse ich einen Apfel. Was hörst du? Ich höre, dass ein Zug kommt. Ich höre, dass ein Zug kommt. Warum studierst du Medizin? Ich studiere Medizin, weil ich Menschen helfen will. Ich nehme meinen Regenschirm mit, weil es draußen regnet. Ich nehme meinen Regenschirm mit, weil es draußen regnet. Es regnet draußen, deshalb nehme ich meinen Regenschirm mit. Wann besuchst du mich? Ich besuche dich. Ich besuche dich, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Ich komme später nach Hause. Ich komme später nach Hause, weil der Zug Verspätung hatte. Der Zug hatte Verspätung, deshalb komme ich später nach Hause. Warum wohnst du in Hamburg? Ich wohne in Hamburg, weil ich die Stadt liebe. Ich wohne in Hamburg, weil ich die Stadt liebe. Was glaubst du? Ich glaube, dass ich immer recht habe. Ich glaube, dass ich immer recht habe. Ich gehe einkaufen, weil der Kühlschrank leer ist. Ich gehe einkaufen, weil der Kühlschrank leer ist. Der Kühlschrank ist leer. Deshalb gehe ich einkaufen. Der Kühlschrank ist leer, deshalb gehe ich einkaufen. Warum treibst du Sport? Warum treibst du Sport? Ich treibe Sport, weil ich Bewegung mag. Ich treibe Sport, weil ich Bewegung mag. Wann streichst du deine Wohnung? Ich streiche meine Wohnung, wenn ich Farbe gekauft habe. Ich komme zu spät zur Arbeit, weil mein Auto eine Panne hat. Mein Auto hat eine Panne, deshalb komme ich zu spät zur Arbeit. Mein Auto hat eine Panne, deshalb komme ich zu spät zur Arbeit. Warum arbeitest du im Supermarkt? Ich arbeite im Supermarkt, weil mir die Arbeit Spaß macht. Ich arbeite im Supermarkt, weil mir die Arbeit Spaß macht. Wann lernst du Französisch? Ich lerne Französisch, wenn ich Lust darauf habe. Ich lerne Französisch, wenn ich Lust darauf habe. Ich backe einen Kuchen, weil meine Schwester Geburtstag hat. Ich backe einen Kuchen, weil meine Schwester Geburtstag hat. Meine Schwester hat Geburtstag, deshalb backe ich einen Kuchen. Meine Schwester hat Geburtstag, deshalb backe ich einen Kuchen. Warum sprichst du Spanisch? Ich spreche Spanisch, weil ich aus Spanien komme. Ich spreche Spanisch, weil ich aus Spanien komme. Ich nehme eine Aspirin, weil ich Kopfschmerzen habe. Ich nehme eine Aspirin, weil ich Kopfschmerzen habe. Ich habe Kopfschmerzen, deshalb nehme ich eine Aspirin. Ich habe Kopfschmerzen, deshalb nehme ich eine Aspirin. Wann liest du mir das Buch vor? Ich lese dir das Buch vor, wenn du ins Bett gehst. Was fühlst du? Ich lese dir das Buch vor, wenn du ins Bett gehst. Was fühlst du? Ich fühle, dass ich sehr aufgeregt bin. Ich fühle, dass ich sehr aufgeregt bin. Ich gehe früh ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe früh ins Bett, weil ich müde bin. Ich bin müde, deshalb gehe ich früh ins Bett. Ich bin müde, deshalb gehe ich früh ins Bett. Was siehst du? Ich sehe, dass dunkle Wolken am Himmel sind. Wann kaufst du ein? Ich kaufe ein, wenn ich Zeit habe. Ich kaufe ein, wenn ich Zeit habe. Ich bleibe zu Hause, weil es stark regnet. Ich bleibe zu Hause, weil es stark regnet. Es regnet stark, deshalb bleibe ich zu Hause. Warum lebst du in Deutschland? Ich lebe in Deutschland, weil ich hier geboren bin. Wann studierst du? Ich studiere, wenn ich mein Abitur habe. Ich studiere, wenn ich mein Abitur habe. Ich esse einen Apfel, weil ich Hunger habe. Ich habe Hunger, deshalb esse ich einen Apfel. Ich habe Hunger, deshalb esse ich einen Apfel. Was hörst du? Ich höre, dass ein Zug kommt. Ich höre, dass ein Zug kommt. Warum studierst du Medizin? Ich studiere Medizin, weil ich Menschen helfen will. Ich nehme meinen Regenschirm mit, weil es draußen regnet. Es regnet draußen, deshalb nehme ich meinen Regenschirm mit. Es regnet draußen, deshalb nehme ich meinen Regenschirm mit. Wann besuchst du mich? Ich besuche dich, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Ich besuche dich, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Ich komme später nach Hause, weil der Zug Verspätung hatte. Ich komme später nach Hause, weil der Zug Verspätung hatte. Deshalb komme ich später nach Hause. Der Zug hatte Verspätung. Deshalb komme ich später nach Hause. Warum wohnst du in Hamburg? Warum wohnst du in Hamburg? Ich wohne in Hamburg, weil ich die Stadt liebe. Ich wohne in Hamburg, weil ich die Stadt liebe. Was glaubst du? Ich glaube, dass ich immer recht habe. Ich glaube, dass ich immer recht habe. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen, weil der Kühlschrank leer ist. Der Kühlschrank ist leer, deshalb gehe ich einkaufen. Warum treibst du Sport? Ich treibe Sport, weil ich Bewegung mag. Wann streichst du deine Wohnung? Ich streiche meine Wohnung, wenn ich Farbe gekauft habe. Ich komme zu spät zur Arbeit, weil mein Auto eine Panne hat. Mein Auto hat eine Panne, deshalb komme ich zu spät zur Arbeit. Mein Auto hat eine Panne, deshalb komme ich zu spät zur Arbeit. Warum arbeitest du im Supermarkt? Ich arbeite im Supermarkt, weil mir die Arbeit Spaß macht. Ich arbeite im Supermarkt, weil mir die Arbeit Spaß macht. Wann lernst du Französisch? Ich lerne Französisch, wenn ich Lust darauf habe. Ich lerne Französisch, wenn ich Lust darauf habe. Ich backe. Ich backe einen Kuchen, weil meine Schwester Geburtstag hat. Ich backe einen Kuchen, weil meine Schwester Geburtstag hat. Meine Schwester hat Geburtstag, deshalb backe ich einen Kuchen. Meine Schwester hat Geburtstag, deshalb backe ich einen Kuchen. Warum sprichst du Spanisch? Ich spreche Spanisch, weil ich aus Spanien komme. Ich nehme eine Aspirin, weil ich Kopfschmerzen habe. Ich nehme eine Aspirin, weil ich Kopfschmerzen habe. Ich habe Kopfschmerzen, deshalb nehme ich eine Aspirin. Ich habe Kopfschmerzen, deshalb nehme ich eine Aspirin. Wann liest du mir das Buch vor? Ich lese dir das Buch vor, wenn du ins Bett gehst. Was fühlst du? Ich lese dir das Buch vor, wenn du ins Bett gehst. Was fühlst du? Ich fühle, dass ich sehr aufgeregt bin. Ich fühle, dass ich sehr aufgeregt bin. Ich gehe früh ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe früh ins Bett, weil ich müde bin. Ich bin müde, deshalb gehe ich früh ins Bett. Ich bin müde, deshalb gehe ich früh ins Bett. Was siehst du? Ich sehe, dass dunkle Wolken am Himmel sind. Wann kaufst du ein? Ich kaufe ein, wenn ich Zeit habe. Ich kaufe ein, wenn ich Zeit habe. Ich bleibe zu Hause, weil es stark regnet. Ich bleibe zu Hause, weil es stark regnet. Es regnet stark, deshalb bleibe ich zu Hause. Es regnet stark, deshalb bleibe ich zu Hause. Warum lebst du in Deutschland? Ich lebe in Deutschland, weil ich hier geboren bin. Wann studierst du? Ich studiere, wenn ich mein Abitur habe. Ich studiere, wenn ich mein Abitur habe. Ich esse einen Apfel, weil ich Hunger habe. Ich habe Hunger, deshalb esse ich einen Apfel. Ich habe Hunger, deshalb esse ich einen Apfel. Was hörst du? Ich höre, dass ein Zug kommt. Ich höre, dass ein Zug kommt. Warum studierst du Medizin? Ich studiere Medizin, weil ich Menschen helfen will. Ich nehme meinen Regenschirm mit, weil es draußen regnet. Es regnet draußen, deshalb nehme ich meinen Regenschirm mit. Es regnet draußen, deshalb nehme ich meinen Regenschirm mit. Wann besuchst du mich? Ich besuche dich, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Ich komme später nach Hause, weil der Zug Verspätung hatte. Ich komme später nach Hause, weil der Zug Verspätung hatte. Der Zug hatte Verspätung, deshalb komme ich später nach Hause. Warum wohnst du in Hamburg? Ich wohne in Hamburg, weil ich die Stadt liebe. Ich wohne in Hamburg, weil ich die Stadt liebe. Was glaubst du? Ich glaube, dass ich immer Recht habe. Ich glaube, dass ich immer Recht habe. Ich gehe einkaufen, weil der Kühlschrank leer ist. Ich gehe einkaufen, weil der Kühlschrank leer ist. Der Kühlschrank ist leer, deshalb gehe ich einkaufen. Der Kühlschrank ist leer, deshalb gehe ich einkaufen. Warum treibst du Sport? Warum treibst du Sport? Ich treibe Sport, weil ich Bewegung mag. Ich treibe Sport, weil ich Bewegung mag. Wann streichst du deine Wohnung? Ich streiche meine Wohnung, wenn ich Farbe gekauft habe. Ich streiche meine Wohnung, wenn ich Farbe gekauft habe. Ich komme zu spät zur Arbeit, weil mein Auto eine Panne hat. Mein Auto hat eine Panne, deshalb komme ich zu spät zur Arbeit. Mein Auto hat eine Panne, deshalb komme ich zu spät zur Arbeit. Warum arbeitest du im Supermarkt? Ich arbeite im Supermarkt, weil mir die Arbeit Spaß macht. Wann lernst du Französisch? Ich lerne Französisch, wenn ich Lust darauf habe. Ich backe einen Kuchen, weil meine Schwester Geburtstag hat. Ich backe einen Kuchen, weil meine Schwester Geburtstag hat. Meine Schwester hat Geburtstag, deshalb backe ich einen Kuchen. Meine Schwester hat Geburtstag, deshalb backe ich einen Kuchen. Warum sprichst du Spanisch? Ich spreche Spanisch, weil ich aus Spanien komme. Ich spreche Spanisch, weil ich aus Spanien komme. Ich nehme eine Aspirin, weil ich Kopfschmerzen habe. Ich nehme eine Aspirin, weil ich Kopfschmerzen habe. Ich habe Kopfschmerzen, deshalb nehme ich eine Aspirin. Ich habe Kopfschmerzen, deshalb nehme ich eine Aspirin. Wann liest du mir das Buch vor? Ich lese dir das Buch vor, wenn du ins Bett gehst. Ich lese dir das Buch vor, wenn du ins Bett gehst. Was fühlst du? Ich fühle, dass ich sehr aufgeregt bin. Ich fühle, dass ich sehr aufgeregt bin. Ich habe aufgeregt bin. Ich fühle, dass ich sehr aufgeregt bin. Ich fühle, dass ich ein Musik beendet habe.